Leute, bevor das Video beginnt, wir haben eine Kooperation mit G2A. Dort gibt es Fortnite-Bundle-Space-N-Karten, viel günstiger. Checkt es ab und jetzt kommen wir zum Video. Ja, Leute, was geht ab? So, wie ist es gelaufen? Und was machen wir jetzt schon, Tavid? Oh, Junge, ich habe fast hingeflogen, wäre jetzt durchgeworden. Leute, wir machen heute die Challenge, wer zuletzt seinen Karton verlässt oder sein, ja, ist ja sein Karton, verliert. Das Ganze machen wir um ganze 1.000 Euro, Leute, wir haben 1.000 Euro besorgt. Das wird es schon geben. Nein, träum nicht. Uns werden andauernden Chatsfragen gestellt, Leute. Und der, der richtig errät, der das richtig errät, darf hier entweder was zu trinken nehmen, was zu essen oder so eine Mystery-Frage, darf der sich rausnehmen. Das ist noch nicht für jetzt. Die einzigen Regeln sind, Leute, man darf den Karton nicht verlassen und wir haben jetzt 10-15 Minuten Vorbereitungszeit. Wir erklären noch ab, wie viel. Man darf nichts zu essen und nichts zu trinken mit reinnehmen. Rest, was du willst, darfst du mit reinnehmen. Kein Essen, kein Getränk, das ist die einzige Sache, den man mit reinnehmen darf. Wie lange haben wir, 15? Zehn. Zehn? Zwölf. Zwölf. Zwölf Minuten. Wir haben 14 und 15. 14 und 15, Leute. Und wir ziehen durch. Alle, ich habe schon eine Idee. Warum gibst du das Geld? Geh mal weg, wir legen das Geld hier hin. Lass mich nicht. Shisha-Kohle drauf. Logisch. Leute, ich weiß nicht, wie lange das gehen wird, deswegen mache ich es mir drin gemütlich. Ich ziehe mich noch um. Ich habe Shisha-Kohle draufgelegt. Shisha-Kohle draufgelegt. Das Sky-Ticket ist drauf. Ich kann Fußball gucken. Es ist Sonntag. Fortuna spielt gleich. Perfekt. Ey, John, mach doch das gleiche, was Abi gemacht hat. Oh, Sand. Guck doch mal in seine Box. Anstatt dir ein Verlängerungskabel dazu zu holen. Was? Das ist nicht dein Ernst. Ah, okay, danke. 2.000 Jahre später. Ah, ich habe wirklich keine Idee. Hä? Als ob du es auch gemacht hast. Junge, ah, als ob du es auch gemacht hast. Ich hoffe, ich habe das vor dir gemacht. Warum machst du mir die danach? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Was machst du? Wir haben keine Regeln gesetzt. Ja. Toll. Wo ist Abi? Näckig, ja. Ein paar Waffen, ne Abi? Dann müssen wir mit irgendwas ab. Werde ich nicht ab oder auf dich. Und das tut mehr an mir vertrauen. Ja, ich habe ein bisschen Schnupfen. Deswegen nehmen wir mal das mit. Junge, du bunkerst hier alles. Ey Jungs, nur noch 10 Sekunden. Nein, ich zäh runter. 10. Was? 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Und ich brauche einmal eure Handys. Was? Ja, ich mache die Regeln. Warum Handys? Sonst ist das viel zu einfach. Ich meine, ihr habt ja schon einen Fernseher, ne? Handy. Dankeschön. Ähm, ja. Ja. Okay, so. Warte, warte. Ich habe eine ganz andere Frage gerade. Can, ich will Fußball gucken, du willst zocken? Das geht nicht. Ich war vorher da. Du, du zockst nicht. Ich mache Dings jetzt, ne? Ja. Ja. Nein, ich gucke Fußball. Nein. Ich habe euch Karten vorbereitet. Wie? Gut, ich habe schon wieder solche... Ich habe solche Wust an. Was ist los? Die erste Frage. Wie viele Inseln hat Deutschland? 3. Warte, 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 lass mal über die Inseln. Ja, wie viele Inseln hat Deutschland? Can? Ich kann es nicht sein. Okay. Ist okay. 3, 2, 1. 0. 18. Du Opfer. Allein sind das. Meinst du das gerade ernst? Warte mal. Sag mal. Warte, das ist voll ekelhaft. Nein. Du brauchst gerade gar nicht davon abzulenken, dass du einfach... Du bist dumm, Junge. Warte, ich weiß nicht. Okay, ich bin dummer. Ich bin dummer. Wie ekelhaft ist das? Ich zock dich auf Fernseher. Okay, Abi, du hast gewonnen. Aber 18 ist auch ein bisschen low. Das sind 92. Ja. Inseln? Ja. 92 Inseln, ja. Wo ist denn in Deutschland in der Insel? Sylt. Was ist Sylt? Essen, trinken oder eine Karte? Brot. Also ich glaube nicht, dass du Hunger oder Durst hast. Weil ich auch gleich wahrscheinlich stößt und der wird sich das bunt dran. Kannst du mir die Cola geben? Ich gehe gerade so gefilmt. Gerne. Cola light. Ich... Man kann dir drauf nicht zocken. Junge, sein Kopf ist nur beim Zocken, halt. Ey, man kann dir drauf nicht zocken, halt. Die Sensi ist voll ekelhaft. Dann du checkst gerade einfach nicht, dass du null gesagt hast, ne? Ah, die Sensi. Nee, ich leid. Ah, was ist das? Was ist das? Hey, man kann nicht schön... Man kann doch auch nicht zocken! John, null Inseln? Mit null meint ich eigentlich schon was. John, hast du keinen Durst? Nee. Hä? Ja? Ja. Okay. Zweite Frage. Fertig. Lautet... Wie viele Klicks hat das letzte Video von Fatih braten? Wie auch immer. Wie viele Klicks? Ja, wie viele Klicks? Keine Ahnung. Mir sind die Fragen ausgegangen. Wann war das Video? Gestern. Gestern? Ja. Drei. Zwei. Eins. 482.000. Wie viel? 482.000. Der hat 160.000 gesagt. Ich schwöre. Warte, du hast wie viel gesagt? 482.000. 482.000. 482.000. Warte mal. 482.000 sind 313.000. Ja, ich habe gewonnen. Nein, ich habe 160.000. Ich bin näher dran. Ich habe 400.000. Wie viel habe ich gesagt? Du hast 482.000 gesagt. 62.000. Du hast 82.000 gesagt. 82.000. Und wie viel waren es? 313.000. 150.000 weg, du liegst 160.000 weg. Ich habe gewonnen. Ja, also wir haben es gerade nochmal berechnet, da meine Mathekünste auch nicht so stark sind. Jem hat gewonnen. Ich nehme so eine Frage. Aber auch sehr knapp eigentlich. Ich nehme so eine Frage. Kannst du mir eben einen Zettel raus... Nicht du, pack es nicht jetzt mal an. Welches willst du denn? Mir eben deins. Loser dürfen nicht. Ich habe einen Wunsch frei. Einen freien Wunsch. Jan, geh aus dem Karton. Nein, Spaß. Nein. Ich habe die Kontrolle über den Fernseher. So. Jan. Nimmst du bitte den Kontrolle weg? Aber lass uns umgekehrt. Ich schwöre jetzt schon. Lass den Wunsch rein. Nein. Dein Kontrolle. John, griff mich nicht ab. Hey, was ist das? Wir fragen die nächste Frage. Okay. Ihr kennt ja die Ace Family, oder? Ja. Nein. Wisst ihr dann noch, wie viele Abonnenten die haben? Nein. Naja, das ist jetzt aber die Frage. Wie viele Abonnenten hat die Ace Family auf YouTube? Drei, zwei, eins. 12,6 Millionen. Ja. Ich hab 9 Millionen gesagt. 9 Millionen? Ja, ich glaube, die haben locker 20 Millionen oder so. Also 17,7, glaube ich sogar. Nein. Ich weiß, der hat so eine Pommes ausgenommen. Naja. Ich weiß, da war so eine richtig lange Pommes. Sie ist da nicht mehr drin. Die habe ich gegessen. Deine Schwester hat die gegessen. Guck mal, wir haben direkt ein Essen weggekommen. Frag doch deinen Bruder, ob der auch was will. Der hat mich auch nicht nach Cola gefragt. Hast du denn gefragt? Mit Cola? Mit Pommes? Gibt er eh nicht. Ja. Ich wollte eine rausnehmen. Gib da die Packung. Warte, nein, nein, nicht die mit Ketchup. Ich will die andere nehmen. Lass mich den Ketchup. Du hast angepackt. Ich schwör, ich nehm nur eine raus. Ich hab geschwann, ich nehm nur eine raus. Pack der fest, ey. Ich hab Cola. Mit Cola. Mit Cola. Mit Cola. Krieg ich Cola? Wir tauschen, okay? Warte. Tauschen wir? Nö. Oder nicht. Okay, nächste Frage. Schon? Okay. Ja? Ich glaube, das hat was mit Allgemeinbildung zu tun. Und zwar, wie viele Kontinente gibt es? In? Äh, äh. Äh. Ich guck mich jetzt in China. Okay. Drei. Zwei. Eins. Sechs. Nein, sieben. Sechs. Egal. Afrika. Süd und Oster. Ja, okay, danke. Sind sieben. Abi hat recht. Handy dem. Ich krieg mal Handy. Gibst du mir mal Handy bitte? Wie oft gibt's dieses Kerch? Zweimal. Ja. Einmal für dich und einmal für Cem. Ami, tauscht du den Stift? Warum soll ich nicht den Stift tauschen? Komm mal mit der nächsten Frage. Und zwar, ihr kennt doch bestimmt Apache, oder? Apache. Der Gangster. Der ab und zu sein Tank. Kamau, wir kennen den. Ja, warum? Okay. Wie viele Abonnenten hat der dann auf Instagram? Äh, der macht Insta auch, ne? Ja. Ey, ich hab doch gefragt auf Insta. Ja. Bist du ready? Ah. Der Google, der guckt nach. Ab, der geht nach. Guck nicht, Johnny. Ich bin auf Dings. Nö, da fehlt nicht. Ich hab nicht, ich bin auf Dings. Drei, zwei, eins. 553.000. Ich hab keine Antwort, wie gesagt. Versuchst du's nicht mal? Mhm. Okay. Abi, das sind aber genau 353, also 553.000. Was? Ich hab ne Punktlandung. Ey, guck mal, macht ein Schwitzer. Was? Ich hab ne Punktlandung. Der hat das nachgebracht. Nein, hab ich... Okay, woher weißt du das dann? Hä? Woher weißt du das? Ich bin ein Groupie. Ich weiß immer, wenn Abonnenten steigen und singen Content. Aber du hast ein Schwitzer. Leute, ich hab 5 Minuten Aufstieg. Nein, das fehlt nicht. Ich darf 5 Minuten aus meinem Korb. Nein, du hast geschummelt. Ich hab nicht geschummelt. Boah, Jux. Was ist los, John? Packst du mich noch mal? Boah, ich hab geschummelt. Ich hab nicht geschummelt. Packst du mich noch mal? Hauuuff. Sonst was. Was? Ich schwör auf alles, da liegen Chips drin. Ich schwör auf alles, komm. Da sind so kleine Chips. Das ist keine Chips. Das ist keine Chips. Was? Warum schummelt's du? Du hast auch geschummelt. Du hast auch geschummelt. Warum schummelt's du? Du hast auch geschummelt. Warum schummelt's du? Warum schummelt? Warum schummelt's du? Warum denn? Der hat verloren. Wenn du nicht aufhören willst, ist das, was komm merkst zu�로zen? Das hat der damals immer als Bestrafung als Kind von mir gekauft. Der gibt nicht gleich eine Kopfnuss. Aua, mein Arme, ich hab mir Kopfschmerzen. Du hast eine ganze Chipspackung da. Du hast ja aber nicht nachgegoogelt. Du hast eine ganze Chipspackung. Und du hast auch noch Wasser da. Pisse. Was für Pisse? Leute, ist das wirklich ... Nein. Probier doch. Nein, das riecht hoch. Probier. Leute, das war's mit dem Video. Zeitlich haben wir jetzt ein Gaming-Video auf unserem Gaming-Kanal hochgeladen. Deswegen checkt's ab. Erst mal in der Videobeschreibung, wenn ihr Gaming sehen wollt. Ich hab mal wieder gewonnen. Na. Abonniert uns auf Instagram. Aktiviert die Glocke. Liked den Beitrag. Kommentiert was. Der Top-Kommentar wird im nächsten Video erwähnt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.